Die mit ihrem Reinhardt und Schilde. Ich habe meine meisten Matches alleine gewonnen, wo ich kein Schild gespielt habe. Einfach Junker, Doom oder irgend sowas. Ich weiß nicht, was das soll, dem McRee. Echt jetzt? Nein, der Sigma kriegt nicht, Alter. Der Ener vor meiner Fresse, die mich einschläfert. Bleibt dann vor mir stehen, beschießt mich. Den McCree, der mich beschießt. Die kriegen mich beide nicht tot. So ein Scheiß-Sigma, der... Ich verstehe. Das ist deine Warnung. Wir überwenden als einer. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Soll es mich so, bis du erledigst, finischt. Was ist das? das ist gut für meine ult er darf mich bloß nicht hocken auch drei leute ich mein gott der akku ist leer deswegen lädt das ding nicht ja 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 Nein, Mann! Das wird's heuer, ich kriege eure Schilde und dann muss ich selber. Ich kriege eure Schilde wirklich nicht. Die Gegner hat's mir früher nämlich eigentlich besser gefallen. Ja, verkackt. Hook verkackt, tot. Ich kriege eure Schilder. Ich kriege eure Schilder.